Die Details beim Gemino Plus sind wirklich von Grund auf durchdacht. Zum Beispiel haben die Treppenstufen mit ihrer Auftritttiefe von 28 cm einen extrem hohen Sicherheitsfaktor fürs Kind beim Begehen der Stufe. Die Radien sind stark gerundet mit 20 mm. Das verhindert, dass die Kinder sich beim Spielen an den scharfen Kanten sonst verletzen würden. Die Einsehbarkeit beim Gemino Plus System ist hervorragend. Die Erzieherinnen haben von jedem Blickwinkel aus volle Einsicht, was die Kinder gerade tun. Und selbstverständlich die Materialien entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards bezüglich der chemischen Sicherheit. So entspricht zum Beispiel das Kunstleder den höchsten Ökodex-Standard. Für uns als Erzieherinnen ist das Gemino eine super Erleichterung, da die Kinder sich zurückziehen können. Sie animieren sich gegenseitig zum Spielen auf allen Ebenen. Dadurch ist es für uns sehr schön zu beobachten, dass die Kinder sich in kleinen Gruppen eine Zeit lang mit sich selbst beschäftigen können. Alle Gemino Plus Spielhäuser sind GS-geprüft und erfüllen die strengen Anforderungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. Somit sind die Einrichtungen in jedem Fall auf der sicheren Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017